Am 26. September sind Bürgermeister geworden und ich hoffe auf Ihre Stimme. Jetzt geht es zur Vorstellung von den Bürgermeistern. Wir sollen mit den Rede halten, vorher kommt der Reporter noch, wird das ein kleines Statement halten. Ich hoffe, das ist eine spannende Sache. Oh oh, ich präsentiere die Nummer 1. Ich möchte ein bisschen probieren, noch mal was zu trinken für meine beiden Kameramone. Ich bekomme ja schon was und dann gibt es in 20-30 Minuten auch schon fast wieder los. Nen Sam ist meine Heimat und mein Zuhause. Ich gestalte unseren Ort schon länger als Gemeinderatsmitglied, als selbstständiger Augenoptiker und auch als Organisator vom Weihnachtsmarkt. Ich denke, meine Expertise als Lensaner Unternehmer und meine gute Kenntnisse von Lensan in Kombination mit der Expertise von der Verwaltung lassen mich den richtigen Mann für dieses Amt sein. Ich hoffe auf Ihre Stimme am 26. September. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.